So, hallo Leute. Ja, was soll ich sagen? Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber bei mir hier ist alles dunkel und das liegt daran, dass ich einen Stromausfall habe. Ich war eigentlich gerade dabei, die Videos für heute hochzuladen, beziehungsweise, ja, doch für heute. Es ist ja jetzt schon mittlerweile 2 Uhr nachts und ich habe jetzt wirklich die ganze Nacht da jetzt noch rumgearbeitet. Jetzt ist halt hier alles dunkel. Was soll ich sagen? Ich weiß nicht, ob heute Abend jetzt noch Videos kommen oder so. Ich hoffe es mal. Aktuell versuche ich das Beste draus. Bisher habe ich keinen Strom. Mal gucken, wie es morgen früh aussieht. Osterfest ist jetzt erstmal schon in den Arsch. Morgen früh Eiersuche und so weiter oder beziehungsweise heute Morgen dann oder beziehungsweise nachher dann, wie man das auch immer nennen möchte. Je nachdem, wann ihr das halt seht. Und ja, jetzt, wie gesagt, ja, keine Ahnung. Ich versuche das Beste draus. Ich halte euch auf dem Laufenden, entweder auf Twitter, Facebook oder sonst was und ja. Wir sehen dann, ne? Ich sage erstmal, ich bin euer Tro. Drückt mir die Daumen, haut rein. Tschö, tschö.